Was wollen wir? Justice! Was wollen wir? Prominente Unterstützung erhalten derzeit Menschen in den USA, die ein Ende willkürlicher Polizeigewalt gegen Schwarze und Latinos fordern. Unter die Demonstranten am New Yorker Times Square am Donnerstag und Samstag mischte sich auch Regie-Star Quentin Tarantino, um den Namen eines der Gewaltopfer zu verlesen. Sag seinen Namen, Freddy Gray Junior! Freddy Gray Junior! Ein 25-jähriger blacker Mann, Baltimore, April 19, 2014, war Freddy durch die Straße in seinem eigenen Nachhinein, als die Körpers ihn verhörten. Er wurde zerbrochen, zerbrochen, zerbrochen und in den Händen von einem Polizisten, während er handkauft hat. Als die Polizei ihn rausbringte, wurde sein Spinalchord 80 Prozent zerbrochen. Ein Medikamenter regierte seine Todesnachung als Homicide, und die sechs Körpers, die involviert sind, wurden in unserer Anwesendung. Bei der Protestaktion in New York wurden die Namen von 250 Frauen, Kindern und Männern vorgelesen, die seit den 90er Jahren Opfer von Polizeigewalt wurden. Das überharte Einschreiten von weißen Polizisten gegen Schwarze und Latinos führt in den USA immer wieder zu Unruhen. Die Polizei sagte, dass es ein Suicide war. Wir wussten, dass das eine LIE war. Wir wussten, dass das eine LIE war. Wir wussten, dass das eine LIE war. Was ist das eine LIE war. Vielen Dank.